So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde von Dr. Mederike Gert-Hammer. Unser heutiges Thema ist die Lunge. Und die Teilnehmer haben die Grundlagenwiederholung schon ein Dutzend Mal gehört. Deshalb erlaube ich mir heute, die Grundlagenwiederholung zu spritzen und stürzen uns gleich aufs Thema. Und vielleicht können wir deshalb auch eine halbe Stunde früher aufhören. Wenn Sie Fragen haben, nützen Sie die Gelegenheit, schreiben Sie im Chat. Es gibt keine dummen Fragen. Dumm ist nur, wenn man es verabsäumt, zu stellen, die Frage. Mir geht es ja darum, dass Sie begreifen lernen, verstehen lernen. Glauben muss man bei Naturgesetzen gar nichts. Man kann sie erfahren. Man kann Erfahrungen sammeln. Man wird dadurch schlauer. Und das zu verstehen lernen, diese biologische Sprache verstehen zu lernen. Es ist schon eine Art Fremdsprache, aber nicht ganz. Wir haben ja viele Redewendungen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Und woher kommen diese Redewendungen? Aus Erfahrungen. Die Menschen haben die Erfahrung gemacht, was beobachtet. Seit das passiert ist, hat er die Symptome. Ist er krank? Und was er sehe, es liegt mal im Magen oder so. Aber es ist halt schon eine biologische Sprache. Wir müssen biologisch denken lernen. Biologische Konflikte erfordern auch eine biologische Lösung. Zum Beispiel habe ich jetzt kürzlich einen Erfahrungsbericht auf die Homepage gestellt. Und der Konflikt war circa so, er war ein Feuerwehrmann und da war ein Notfall, eine Patientin. Also die hat so wie Atemnot gehabt. Und er hat sich medizinisch behandelt als Feuerwehrmann und hat dann gar nicht auf einen Notarzt gewartet, sondern ist gleich mit ihr in die Klinik, um Zeit zu gewinnen. Und wurde dort niedergemacht von Krankenschwestern und so weiter. Er hätte diese Frau falsch behandelt. Er hat aber alles richtig gemacht. Er hat das auch nachträglich kontrolliert. Und das war sein Konflikt. Und dann, zwei Monate später, kommt er noch einmal zu der Frau. Wieder dieselbe Situation. Die hat Atemnot. Jetzt war aber ein Notarzt vor Ort. Und der Notarzt hat genau das gemacht, was er als Feuerwehrmann ursprünglich machte. Und wieder in die Klinik. In dieselbe Klinik. Und jetzt waren aber diese Krankenschwestern alle ganz kleinlaut. Und dann hat er denen ein paar Worte gesagt. Und das war jetzt die Lösung für ihn. Und er hatte eine Woche lang Nackenschmerzen. Also ein steifes Genick auf der Partnerseite. Das heißt, er hat vor zwei Monaten den Selbstwerteinbruch erlitten. Und in der aktiven Phase osteolisiert der Knochen. Und das tut ja nicht weh. Und zwei Monate später hat er die Lösung für seinen intellektuellen Selbstwerteinbruch. Und zwar dadurch, weil der Notarzt ja genau das gemacht hat, was er ja auch gemacht hat. Und die Krankenschwestern mussten da kleinlaut sein. Und das war die Lösung für seine Ungerechtigkeit. Er hatte aber nur eine Woche Heilungsphase. Und zwar deshalb, weil der Konflikt, er war runter transformiert. Er war nicht wirklich heftig. Er hat alles richtig gemacht. Und die Lösung war aber erst, als quasi die Krankenschwestern einsehen mussten, der Notarzt macht genau das, was er eigentlich auch gemacht hat als Feuerwehrmann. Und deshalb war die Heilung auch nur eine Woche. Das heißt, der Konflikt, der war minimal. Er war nicht dramatisch hoch. Er war quasi nur aktiv. Es war keine Lösung. Erst mit dem zweiten Mal in die Klinik, mit dem Notarzt, erst das war die biologische Lösung für ihn. Und jetzt kam er in die Heilung, hatte aber nur eine Woche ein steifes Genick. Und biologische Konflikte erfordern eine biologische Lösung. Und intellektuell kann man sich da hundertmal sagen, ich habe das richtig gemacht, aber es liegt ja doch der Vorwurf im Raum. Und erst als der Notarzt quasi ihm Recht gab, erst das war für ihn die Lösung. Und das ist ein schönes Beispiel. Er hat mir das dann noch einmal heute geschrieben, wie das bei ihm war. Und das setze ich dann auch noch dazu auf den Erfahrungsbericht, weil das ist eine ganz wichtige Information, um das verstehen zu lernen, was ist eine biologische Lösung. Das geht ja auch am Verstand vorbei. Und einreden kann man sich auch nichts. Das ist so, zum Beispiel, was ist ein Naturgesetz? Ein Naturgesetz ist zum Beispiel, wenn ich sage, jeder Mensch muss einen Vater und eine Mutter haben oder gehabt haben. Und das kann ich am nächstbesten Fall reproduzieren. Ich brauche da keine Statistik dazu. Naturgesetze brauchen keine Statistik. Und ich weiß auch, wenn eine Frau schwanger ist, sie muss beim Mann gewesen sein. Also auch wenn sie es bestreitet. Entweder hat sie es verdrängt oder vergessen oder an die unbefleckte Empfängnis muss ich glauben. Und so ist es mit dem Konfliktschock, der hamasche Herd im Hirn. Wenn der jetzt, sagen wir mal, irgendein Sonderprogramm am Laufen hat, dann muss das passiert sein. Und wir brauchen da keine Statistik dazu. Und sie können sich da getrost zurücklehnen, auch wenn dem Patienten das nicht gleich einfällt. Ja, die Kunst ist es natürlich, die richtigen Fragen zu stellen. Und eine biologische Lösung ist aber auch, sagen wir, oft sind junge Menschen chronisch krank, weil sie in der Kindheit, in der Familie an Konflikte erlitten haben. Und jetzt wirken die Schienen. Ja, der Papa braucht nur wieder einmal eine grimmige Mine haben. Ja, und schon ist man schon wieder auf der Schiene. Und ist chronisch krank deshalb. Und wenn dieser junge Mensch eine eigene Familie gründet, dann kann er seinen Lebensschwerpunkt verlagern, weg von den Eltern, hin zu seiner eigenen Familie. Und dann geht ihm das grimmige Gesicht vom Papa am Arsch vorbei. Und dann wird er gesund. Das heißt, eine biologische Lösung ist es, wenn junge Frauen nicht studieren gehen, sondern Kinder kriegen. Dass sie gesund werden. Das ist eine biologische Lösung. Und da ecken wir natürlich überall an. Wenn man einer 20-Jährigen sagt, du solltest nicht studieren gehen, sondern Kinder bekommen, sagt die, ich bin ja noch viel zu jung. Und das ist absoluter Unsinn. Die Natur, also ich wüsste in der Natur keine Gattung, die sagen würde, pass auf, liebes Mädchen, du könntest schwanger werden, du darfst nicht, du bist noch viel zu jung. Wenn es die Natur eingerichtet hat, dann klappt das. Und das ist alles nur diese Verblödung unserer Gesellschaft. Man setzt uns da flöhe ins Ohr oder ins Hirn und wir laufen da in die falsche Richtung. Und bleiben chronisch krank. Und das ist alles an der Germanischen vorbei. Klug wären wir ja, es gar nicht so zu Konflikten kommen zu lassen. Dass wir eben eine biologische Gesellschaft uns wieder zulegen. Aber da muss ich das einmal richtig verstanden haben. Eine biologische Lösung ist auch Schienen meiden. Das ist auch für viele, das ist ja keine Lösung. Ich meide ja nur, was weiß ich, die Blondine in der Nähe meines Mannes. Ich habe da einmal etwas Schlimmes erlebt. Eine Blondine hat mich einmal am Partner ausgespannt. Und jetzt bin ich allergisch auf Blondinen in der Nähe meines Mannes und reagiert chronisch, was er sie mit Eifersucht oder mit einem Sonderprogramm mit Brustkrebs. Die Lösung ist es, Blondinen meiden. Und da sagen ja auch viele, ich meine, sie ist ja nicht auf Blondinen allergisch auf der Straße oder im Supermarkt. Sie ist ja nur auf Blondinen in der Nähe ihres Partners allergisch. Und hier einfach die Schiene meiden, wenn es geht. Ansonsten habe ich ein Rezidiv. Und es fängt wieder von vorne an. Aber Schiene meiden ist eine biologische Lösung. Ich muss ja nicht. Ja, sagen wir, was weiß ich, ich bin beim Klettern abgestürzt und habe einen Konflikt erlitten. Und besser ist es, das Klettern zu meiden, damit das nicht nachher mal passiert. Und hier mit Gewalt dennoch zu klettern, die Desensibilisierung heißt ja nichts anderes, als ich bringe den Patient bewusst auf die Schiene in der Hoffnung, dass er es überwinden kann. Ja, wenn er es nicht überwinden kann, verursache ich als Therapeut den Patienten ein Rezidiv. Besser ist es, Schiene meiden. Das ist eine biologische Lösung. Und dieses biologisch Denken lernen, das ist nicht einfach. Wir sind solche Kopfmenschen, wir sind so intellektuell und die Natur funktioniert ein bisschen anders. So, gut. Also, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, keine Scheu, stellen Sie Ihre Fragen. Gut, beginnen wir mit dem berühmt-berüchtigen Lungen-Rundherdkrebs. Wir sind da bei den Lungenalveolen, beim Drüsengewebe und da erfolgt der Gasaustausch zum Blut hin. Also, die Luft kommt über die Bronchien, die bronchiale Schleimhaut und an den Enden sind diese Becherzellen. Und das Stammhirn steuert das Drüsengewebe und das ist ja so organisiert, da muss man immer an den Wurm denken, nämlich rechts der Brocken rein und links der Brocken raus. Und so war früher auch die Lunge organisiert. Also, die rechte Lungenseite hat Sauerstoff aufgenommen und die linke Lungenseite hat Kohlendioxid ausgeschieden. Heute können das beide Lungenseiten. Und dieses Phänomen finden wir auch bei den Nierensammlerrohren und das finden wir öfters. Und die Ursache ist die Todesangst. Warum geht die Todesangst auf die Lunge? Das kann man sich so merken. Ohne Nahrung kann ich Wochen überleben, ohne Flüssigkeit kann ich Tage überleben, ohne Luft gar nicht. Ich muss jetzt sterben. Und jetzt baut die Lunge Alveolen an, um quasi jedes Luftkrümelchen, jeden Luftbrocken, den es da irgendwo gibt, optimal verwerten zu können. So kann man sich das vorstellen. Und auch was Interessantes, ein einzelner Lungenrundherd bedeutet Todesangst um jemanden anderen. Während die Lunge voller Lungenrundherde, so 30, 40, 50 Stück, bedeutet Todesangst um sich selbst. Also Todesangst um jemanden anderen, das kann aber auch ein Tier sein. Also das hat jetzt nichts mit Partner oder Mutter, Kind zu tun. Im Stammhirn hat die Händigkeit nichts verloren. Es ist etwas Lebendiges, um das ich eine Todesangst habe, dass man das Kind stirbt, der Partner stirbt oder das Tier stirbt. Und jetzt eine Nuance im Empfinden. Der kann jetzt, sagen wir, deshalb sterben, weil er die Luft nicht reinkriegt oder weil er sie nicht rauskriegt. Also nehmen wir an, der Sohn ist Asthmatiker. Und da gibt es ja Kehlkopf-Asthma und Bronchial-Asthma. Bronchien, die kriegen die Luft nicht raus und Kehlkopf-Asthma, die kriegen die Luft nicht rein. Und wenn ich jetzt die Todesnachricht um meinen Sohn bekomme, er ist beim Asthma-Anfall gestorben und im Geiste höre ich, wie er die Luft nicht rauskriegt, dann habe ich den Hamerschen Herd links und habe nicht gekreuzt, das Stammhirn zur Organ-Ebene ist nicht gekreuzt, und habe links einen einzelnen großen Lungenrundherd, wenn er Kehlkopf-Asthmatiker ist und im Geiste höre ich, wie er die Luft nicht reinkriegt, habe ich rechts den Hamerschen Herd im Stammhirn und rechts einen einzelnen Lungenrundherd. Also Lungenrundherd rechts, links, hat nichts mit Partner, Mutter, Kind zu tun, sondern rechts rein und links raus. Und ein einzelner Lungenrundherd, der kann durchaus so zehn Zentimeter im Durchmesser bekommen. Während Todesangst um sich selber macht er viele Lungenrundherde, 30, 40 Stück, die sind meistens klein, aber halt sehr, sehr viele. Wir können schon vom Röntgenbild her sagen, der Patient mit Lungenrundherd hat einen Einzelnen, dann hat er Todesangst um jemanden anderen erlitten, oder hat er viele, dann hat er Todesangst um sich selbst erlitten. Und so können wir dann die Fragen stellen. Die Ebene, Psyche, Gehirn, Organ, verlauft immer synchron. Kann ich eine Ebene, kann ich auf die anderen Ebenen schließen. Und sagen wir, uns Laien verschließt sich ja die Gehirnebene. Wer kann schon eine Schädel-CD lesen? Aber meiner Meinung nach gehört ja das Wissen zur Allgemeinbildung. Und die Organebene und die Psyche verlaufen ja auch immer synchron. Also kann ich ja durchaus auch, sagen wir, von der Organebene auf die Psyche schließen, was da die Ursache sein muss für sein Symptom. Und damit kann ich ja hocheffizient vorgehen, ja. Ich weiß punktgenau, wo das Problem liegt und ich kann jetzt punktgenau helfen, dass der da aus diesem Dilemma kommt, oder dass ich selber aus diesem Dilemma rausfinde. In der Schulmedizin oder auch in der Alternativmedizin, da ist man ja nur auf das Symptomejagd, ja. Und man möchte nur das Symptom wegbekommen. Das ist, als würde die Kontrolllampe, die Öllampe beim Auto aufleuchten und sie schrauben die Lampe raus. Ja, dann leuchtet es nicht mehr. Okay, super. Aber wegen dem ist ja nicht das Problem behoben. Und in der aktiven Phase gibt es jetzt eine Zellvermehrung der Alveolen Hamer schreibt rund aussehendes oder flach wachsendes alveolare Adenokarzinom der resorptiven Qualität. So, jetzt kommen wir zu noch einem Prinzip. Und zwar, das haben wir auch in der gelben Gruppe mehrfach. Und zwar gibt es eben den Blumenkohl-artigen Tumor und den flach wachsenden Tumor. Blumenkohl, das ist exkretorisch, da geht es immer darum, mehr Schleim zu bilden oder mehr Vertauungssäfte zu bilden, damit der Brocken besser rein- oder rausflutscht. Während flach wachsend, da geht es immer darum, besser aufnehmen zu können. Und deshalb schreibt er da rund aussehendes flach wachsendes. Es ist eigentlich der resorptiven Qualität. Es geht ja darum, besser aufnehmen zu können. Ja, Sauerstoff aufnehmen zu können beziehungsweise Kohlendioxid ausscheiden zu können. Also es ist nicht blumenkohlartig, sondern es ist eigentlich der resorptiven Qualität. Und dieses Symptom ist auch der Sinn. Das Symptom hilft mir, das Problem zu lösen. Also quasi besser Luft zu bekommen beziehungsweise Kohlendioxid loszuwerden. Und mit der Konfliktlösung stoppt die Zellteilung und dann haben wir wieder zwei Prinzipien. die Heilungsphase mit Mikroben oder ohne Mikroben. Normal ist mit Mikroben. Das ist die biologische Version. Es gibt in der Natur keinen sterilen Raum und achten Sie einmal drauf, was so ein Kleinkind sich alles reinschiebt, wenn es nicht wenn es darf, wenn es rumkrabbelt im Garten, was sich das Kind alles reinschiebt und das machen wir als Erwachsenen nicht mehr. Und wir müssen diese Freiheit haben, um Bekanntschaft mit den Mikroben zu bekommen. Und habe ich sie einmal, habe ich sie immer. Wenn mir aber das verwehrt wird in der Kindheit, dass ich quasi nie den erdigen Finger in den Mund stecken durfte, dann wachse ich auf in Überhygiene, dann habe ich diese Mikroben nicht und dann verläuft die Heilung auch, aber unbiologisch. Die Tumore bleiben. Die werden dann nicht tuberkulös abgebaut. Also ich habe in der gelben, in gelb-orange gestreiften Gruppe, also in der Althirn-Gruppe, habe ich immer tuberkulöse Heilung. Die zugehörigen Mikroben sind die Pilze und Pilzbakterien. Und eine biologische Heilung mit Mikroben ist besser als ohne Mikroben. Ich erkläre es gleich und jetzt habe ich dann in der Heilungsphase eben die Lungentuberkulose. Und das hängt natürlich wieder ab von der Konfliktmasse. Wie lange habe ich gebraucht, um diese Todesangst zu lösen, solange dauert die Heilung. Und wenn ich da monatelang konfliktaktiv war, dann bin ich natürlich monatelang in der Heilung. Und dann der Lungenrundherd kann durchaus ein paar Zentimeter haben. Und dann huste ich Blut und ich huste Tumorbrocken aus. Und ich bin schlapp und müde. Ich bin vagoton. Bei jeder Tuberkulose ist man sehr sehr schlapp. Und das stinkt auch wie Aas. Also der Lungen-TB-Kranke stinkt aus dem Atem wie nach faulem Fleisch. Und das gehört zusammen. Lungenrundherd und Lungentuberkulose. Lungenrundherd ist aktiv. Lungentuberkulose ist die Heilung. In der Schulmedizin sind es zwei Paar Schuhe. Und in Wirklichkeit ist das ein Tandem. Und bei jeder Tuberkulose verliert auch der Körper Eiweiß. Man kann auszehren auch in einer Heilungsphase am Eiweißverlust. Also ich kann auszehren in der aktiven Phase, weil ich nicht esse, weil ich nicht schlafe und weil ich ständig sämtliche Kräfte mobilisiert habe, aber auch in einer Tuberkulösen Heilung durch diesen Eiweißverlust. Genau, also nach jedem Krieg ist die Lungentuberkulose erhöht. Diese Zacken in der Statistik zeigen das ja. Und wenn ich hier sieht man auch übrigens was sehr Schönes, das vierte Gesetz betreffend. Die Mikroben arbeiten ja keinblatt abhängig. Also für die gelbe Gruppe habe ich die Pilze Pilzbakterien und orange Gruppe die Pilzbakterien beziehungsweise die Bakterien und die rote Gruppe da dachte man ja bisher das Virus aber gibt es gar nicht. Also das Plattenepithel wird repariert ohne Mikroben. Und wenn ich jetzt in einer Tuberkulösen Heilung also mit Lungentuberkulose huste ich habe oft Blut im Sputum das Taschentuch ist blutig und jetzt müssen ja also der Lungenrundherd da habe ich das so eingezeichnet also die Alveolen da erfolgt der Gasaustausch und im Tumor vor allem machen eben die Alveolen Zell Plus und in der Heilung wird es tuberkulös abgebaut und ich huste ja so regelrecht Tumorbrocken ab und die müssen ja über die Bronchial Schleimhaut rauskommen also die Pilze und die Mykobakterien die müssen ja zu Hauf auf der Bronchial Schleimhaut kleben oder sich bewegen aber Bronchial Tuberkulose gibt es nicht also die halten sich ganz strikt an diese Gewebs Grenzen ein Pilz würde niemals ein Blatt Nipidil befallen ein Bakterium würde niemals das Gewebe wechseln die halten sich an diese Gewebs Grenzen also so böse sind die Gorlind wie man es uns weiß machen möchte und sie sind präziser als Chirurgen gesehen als jeder wirklicher Chirurge mit Skalpell weil sie eben das Gewebe nicht wechseln und da sieht man das sehr schön dann die Krise ist eine Stammhirn Krise die ist nicht auffallend mal ist kalt mal ist es nicht und am Ende der Heilung dort wo der Tumor war habe ich jetzt eine Kaverne einen vernarrten Hohlraum verstärkt mit Bindegewebe und Kalk Einlagerung bei einer jeden Tuberkulose habe ich als Restzustand Kalk ist harmlos und ich habe auch das gibt der Kaverne auch eine gewisse Stabilität es kann nämlich Folgendes passieren wenn ich in so einer Tuberkulösen Heilung jetzt wird jeder Tumor wird von innen her Tuberkulös abgebaut also nekrotisierend zerfallend verkesend also vom Zentrum aus und jetzt wird es zur Wand nach außen hin dünner dünner und wenn ich da in so einer Tuberkulösen Heilung denke ach heute hat es ein schönes Wetter ich hole mir einmal das Fahrrad aus dem Keller und da fahre runter mit dem Fahrrad dann kann es passieren dass mir diese Kaverne das Gewebe reißt und dann patscht mir die Lunge zusammen dann habe ich ein Pneumothorax also man muss sich in so einer Heilungsphase auch schonen während am Ende der Heilung der Tumor ist komplett abgeräumt worden zurück bleibt ein vernarrter Hohlraum verstärkt mit Bindegewebe und Kalk und jetzt kann ich die Lunge auch wieder belasten und diese Kavernen bleiben offen weil wir die Lunge aufblähen in der Brust ist dasselbe Verlauf nur da kollabieren die Kavernen durch die Eigenlast des Organs in der Leber kollabieren sie auch interessanterweise die Leber kann das fehlende Gewebe wieder anbauen das kann die Lunge nicht also Achtung wir müssen bei an jedem Sonderprogramm Federn lassen ich habe jetzt statt 100% Lungenleistung nur mehr 99% oder lassen wir es 95% sein wenn ich so einen einzelnen Lungen Rundherd Tuberkulös abgebaut habe dann fällt mir 2x2 Zentimeter 2x2 ist 4 8 Kubik Zentimeter Gewebe 2x2 2x2 und im Gesamten von der Lunge sind das 5% oder so also wir sind so überdimensioniert mit 95% Lungenleistung kommen wir noch ganz flott durchs Leben wenn ich da in eine hängende Heilung komme dann geht das Ausgangsgewebe weg und das führt dann zur Sarkoidose der Lunge zum Beispiel oder zum Lungenemphyse das ist nicht gut dass das immer wieder von vorne beginnt durch Schienen weil wir eben die Schienen nicht meiden dafür sind die Programme nicht gemacht für einen Durchlauf okay aber nicht für hunderte nicht für tausende und dann dieser Eiweiß Verlust es gibt so unsinnige Meinungen man könnte den Krebs aushungern wie unsinnig das ist sieht man jede Mutter ist heilfroh wenn ihr krankes Kind isst und wir Erwachsene sind sowas so blöd Entschuldigung aber wir meinen wir könnten das personifizierte Böse in mir der Krebs das ist ja das personifizierte Böse in unserer Denkweise wenn ich nichts esse dann muss der Hund verhungern und jetzt diese Patienten die sowieso schon an Eiweißverlust leiden hungern sich jetzt zu Tode die hungern sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode irgendwann einmal ist die Deadline erreicht und dann nehmen die rapide ab und die können essen was wollen die nehmen auch nicht mehr zu gerade das Gegenteil muss man machen sagen wir durch diesen Eiweißverlust hat der Patient sowieso Heizhunger der würde futtern wie der Scheunertrescher um 1900 die Reichen mit der Lungentuberkulose die haben sie überlebt die konnten sich schonen die hat man an die frische Luft gesetzt die hat man eiweißreich durchgefüttert die haben die Lungentuberkulose meist überlebt während die Armen die um ihr täglich Brot kämpfen mussten die sich nicht schonen konnten die einmal im Monat zu Fleisch kamen wenn überhaupt die sind reihenweise dran purzelt also machen sie nicht den Unsinn und meinen sie könnten durch Heilfasten den Krebs loswerden das ist absoluter Unsinn ich meine ich möchte das Heilfasten jetzt nicht in Abrede stellen ich selbst bin zweimal in den Hungerstreik getreten und ich weiß wie das ist man hat die ersten 14 Tage hat man Power ohne Ende aber nur irgendwann einmal ist die Kippe und dann fällt man ins tiefe Loch und dann ist es vorbei dann ist es zu spät also ich habe ich habe schon mehrere Patienten erlebt miterlebt die durch Heilfasten den Tod gefunden haben weil die haben von der germanischen überhaupt nichts verstanden gerade das Gegenteil muss man tun futtern futtern lieber zwei Schnittsläuse ein halbes und wie gesagt jede Mutter ist heilfroh wenn ihr krankes Kind isst keine Mutter würde ihrem kranken Kind das Essen verwehren ich meine da sieht man wie dumm wir Erwachsene oft sind verdummt sind so das war jetzt nochmal zum Lungenrundherd ja genau und wenn ich keine Tuberkulose habe dann bleibt der Lungenrundherd inaktiv bis ans Lebensende und dann bekomme ich aber schlussendlich schlechter Luft als würde dieser inaktive Lungenrundherd abgeräumt worden sein also eine Heilungsphase ohne Mikroben ist nie gut mit Mikroben ist besser und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen ähm jetzt ist mir runtergefallen irgendwas wollte ich noch sagen also genau und wenn sagen wir die Kaverne ist ja dann sieht man im Lungenröngten Kalkherde das sind die Kavernen ja da war zuvor der Lungenrundherd und zurück bleibt eben da ein Loch in der Lunge und das bleibt ein Leben lang ja wenn sie sagen wir in der Kindheit einmal Todesangst hatten und sie sind heute 60 ja das sieht man den Kalk sieht man bis bis ein Lebensende im Lungenröngten aber das ist harmlos im Gegenteil wir brauchen auch den Kalk und das Bindegewebe auch zur Verstärkung der Kaverne und die Lunge ist wieder voll belastbar am Ende der Heilung so jetzt Fallbeispiele auf einem Vortrag nach einem Vortrag kam ein Ehepaar zu mir er war völlig durch den Wind und sie war Krebs betroffen Darmkrebs und hat in der Folge mit Lungenrundherden reagiert und sie sagte zu mir Herr Pilhaar unter ihrem Vortrag bräuchte ich nur mehr Unterschrift setzen genauso wie sie es erklären ist bei mir passiert also man hat ihr Darmkrebs diagnostiziert sie hat in der Folge Todesangst erlitten das ist ja übrigens sind die häufigsten Metastasen eine Metastase ist ja nichts anderes als eine Folge Konflikterfolge Krebs verursacht durch die Diagnose durch die Krebsdiagnose wir assoziieren damit Tod und die Ärzte verpassen mit der Krebsdiagnose dem Patienten ihren nächsten Krebs das ist quasi Iatrogen verursacht durch einen Arzt selbst verursacht und die hat viele Lungenrundherde erlitten die größer größer wurden und er stand vor mir und sagt Herr Pilheim wenn das stimmt was Sie da erzählt haben dann haben wir ja nur Unsinn gemacht so jedenfalls habe ich es zum Hammer runtergeschickt und ein paar Monate später war das Ting das Ting das war bei den Germanen die Gerichtsbarkeit und Hammer hat ein Ting einberufen übrigens Dienstag ist der Ting Tag Montag ist der Montag Wendeste ist Wodernstag Donnerstag der Torstag Freitag der Freierstag Freier die Liebesgöttin Samstag ist der Spitzbubentag Sabbat der Lokistag und Sonntag der Sonnentag und der Dienstag ist der Ting Tag und das war meist Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende das hat jeder gewusst den Termin und dann haben sie sich getroffen und haben sie sich zuerst einmal mit Met niedergemacht und haben sie einmal ordentlich angesoffen und dann haben sie sich alles mögliche geheißen und am nächsten Tag nüchtern haben sie darüber verhandelt die Zunge locker machen und alles was ich sagen möchte einmal raus kotzen und dann am nächsten Tag wurde dann darüber verhandelt und Hamer hat ein Ding einberufen das war nichts anderes wie ein Wahnsinns Seminar das war das beste Seminar von Hamer das ging über mehrere Tage also Hamer in einer Hochform Wahnsinn also das wurde gefilmt aber dann schlussendlich wurde ein Filmteam beauftragt und die haben nichts rausgebracht das war alles Schrott ein Wahnsinns Seminar und leider gibt es es nicht und da habe ich dann dieses Ehepaar wieder getroffen und Hamer hängt das Lungenröngten an die Leuchtwand und die hatte nur mehr Kavernen die hat durch den Vortrag verstanden dass sie ja gar nicht sterben muss man hat ihr den Darmkrebs rausgeschnitten und einen künstlichen Ausgang gesetzt sie kam ja mit Darm in der Heilungsphase zum Schulmediziner so ist sie am häufigsten mit Darmblutung und den Konflikt hat sie gelöst gehabt und sie war nur in Todesangst Panik und durch einen Vortrag hat sie das verstanden und hat diese Lungenrundherde rausgeschwitzt die hatte keine Lungenrundherde ein paar Monate später die hat gesund worden einfach nur weil es das verstanden hat das ist doch das ist ja fast wie Magie oder keine Bestrahlung und keine Kema und keine Radikaloperation macht sich gesund die Information macht sich gesund Ah ich muss ich muss ja gar nicht sterben und auf einem verschwinden die Lungenrundherde ist doch herrlich oder dieser dieser 60-jährige Patient verlor Gewicht und wegen seines Gewichtsverlusts hat er sich einmal durchchecken lassen und man fand bei ihm einen 10 cm Lungenrundherd und zwar links weil er die Todesnachricht bekam von seinem asthmatischen Sohn Bronchialastma der kriegt die Luft nicht raus und das war seine Todesangst in dem Moment assoziiert um seinen Sohn und dann war er bei Hammer und hat die Sache verstanden und kam dadurch in die Heilung und Hammer hat auf ihn eingeredet wie auf ein krankes Ross du musst dich schonen und das dauert jetzt Monate musst du dich schonen und was macht der Patient mit Krampen und Schaufel hebt er ein Teich aus unglaublich in einer Heilungsphase und dem ist natürlich die Lunge zusammen gepatscht und in der Schulmedizin das war es dann dann hat man eingeschläfert und das ist halt auch das Problem mit so frisch gefangenen Patienten die sollen jetzt in der Kürze der Zeit sollen die das jetzt so weit verstehen dass sie sich auch klug verhalten dass sie die Angst verlieren und keine Dummheit machen das ist der Ertrinkende dem sollst jetzt in der Schnelle das Schwimmern beibringen das war auch Amtin die war 30 Mutter zweier Kinder und der sind die zwei Großmütter gestorben und ihr gab man die Schuld am Tod der beiden Großmütter und das waren ihre beiden Lungenrundherde sie hatte zwei große einzelne Lungenrundherde wenn es zwei große einzelne sind heißt es zweimal Todesangst um jemanden anderen und auch auf sie eingeredet sie muss sie schonen was macht sie sie muss genau und als man ihr das diagnostizierte das ist jetzt auch interessant löste sie die Todesangst um die Großmütter weil jetzt geht es um was Schlimmeres und sie bekam viele Lungenrundherde Todesangst um sich selber das hat jetzt gleich mehrere Aspekte ich kann einen Konflikt lösen wenn was Schlimmeres passiert durch die Lungenkrebs Diagnose der zwei einzelnen großen Lungenrundherde ich habe Lungenkrebs ist sie über den Tod der Großmütter hinweg gekommen weil jetzt geht es um mein Leben ich habe Krebs und hat die ganze Lunge voller Lungenrundherde bekommen und so war sie beim Hammer und in der Heilungsphase der zwei großen das gibt es auch ich kann mit den zwei großen in die Heilung gehen aber die Lunge voller Lungenrundherde aktiv haben weil ich die zwei Todesängste um die großen Mütter gelöst habe aber um mich jetzt selber Todesangst habe das gibt es auch ist eigentlich eine recht interessante Geschichte und in der Heilungsphase hat sie ihren Haushalt geschupft mit ihren beiden Kindern batscht ihr die Lunge zusammen in die Klinik und dann hat man ihr die angeklebt irgendwie hat man es nach einmal gepflegt und was macht sie wieder sie arbeitet wieder und batscht die Lunge wieder zusammen und beim zweiten Mal hat man es dann eingeschläfert ein Patient in so einer tiefen vagotonie mit Morphium der ist sofort weg und das du hast doch die kapieren das nicht die kapieren das nicht in der Kürze der Zeit weniger dass dies kapieren und das kostet ihnen dann das Leben sie hat die 50 jährige hat eine einzelne verkalkte Kaverne und zwar der Konflikt war mit fünf die Eltern hatten ein etwas angespanntes Sexualverhalten mit fünf Jahren also sie war fünf vergewaltigte der Vater die Mutter im Doppelbett eines Hotels das Kind schlief am Fußende in einem Beistellbett die Mutter schrie und das Mädchen hatte Todesangst um die Mutter ein einzelner Lungenrundherd und das Kind schrie ebenfalls der Vater schmiss dem Kind die Decke über den Kopf und vergewaltigte die Mutter weiter die Lösung für diese Todesangst um die Mutter war das Kloster Internat in welches man das Kind mit sechs Jahren verfrachtete sie kam dadurch von der Schiene in die Heilung also zu Hause war das Kind permanent auf der Schiene der Papa vergewaltigte permanent quasi die Mutter und erst als sie von der Schiene runter kam ins Internat kam was ja an und für sich eine Katastrophe ist für ein kleines Kind aber nicht für diesen Konflikt war das die Lösung kam in die Heilung und die Lösung für diese Todesangst um die Mutter war das Kloster Internat in welches man das Kind mit sechs Jahren verfrachtete sie kam dadurch von der Schiene in die Heilung ein Dreiviertel Jahr verbrachte sie auf einer Lungenheilanstalt und bekam Tuberkulostatica also Chemo offiziell war erklärt worden das Kind sei von einer Nonne mit offener Tuberkulose angesteckt worden welche daraufhin versetzt worden war bis heute hat sie diese verkalkte Kaverne in ihrer Lunge also wie gesagt das bleibt und es bleibt natürlich auch das Zell Minus also die 5% weniger Lungenleistung das bleibt und das wächst auch nicht mehr an also wie gesagt wir müssen da bei diesen Programmen immer auch federn lassen den Fall kriege ich jetzt nicht so auf die Reihe dieser Patient ist Psychologe und er versucht biologisch denken zu lernen und das ist natürlich für einen schulmedizinischen Psychologen gar nicht so einfach aber er ist am besten weg es zu begreifen und er ist er brachte Todesangst um seine Tochter in Lösung und bekam Lungentuberkulose und er ist seit 30 Jahren überzeugter Vegetarier und in der tuberkulösen Heilung bekam er unbändig Appetit auf Fleisch und dann sagte er sich wenn diese Medizin in meinem Körper Fleisch fressen verlangt dann fressen halt Fleisch und schob sich das Fleisch rein der ist Spindeltür und hat sieben Kilo verloren gehabt und hat jetzt Fleisch gegessen hat die sieben Kilo wieder angefuttert ist wieder gesund und ist wieder Vegetarier und so Einstellung ist klüger man sollte viel mehr auf seinen Körper hören er verlangt schon was er braucht als man hält sich da an irgendwelche Regeln die irgendwer irgendwo irgendwann nochmal aufgestellt hat und der hat das alles super gemeistert so jetzt eine interessante Geschichte vor zwölf Jahren hatte sie einmal Brustkrebs und hat sich schulmedizinisch behandeln lassen sie lernt die germanische Heilkunde kennen und schickt Dr. Hamer ein Schädel CD auf welchem ein aktiver Todesangst Konflikt zu sehen war das Ereignis hierfür war ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung mit dem Fahrrad vor zwei Jahren sie hatte aber überhaupt keine Symptome nicht einmal Atemnot sie war Hochleistung Sportlerin und betrieb Triathlon Dr. Hamer rieh dir diesen Konflikt zu lösen dann sagte jemand zu ihr du deine Kreuzung existiert nicht mehr man hat einen Kreisverkehr daraus gemacht das war ihre Lösung sie kam in die Heilungsphase und hustete und hustete es ging ihr schlimmer und schlimmer eines nachts schlug sie wild um sich sodass ihr Lebenspartner es mit der Angst zu tun bekam und sie gegen zwei Uhr nachts ins Krankenhaus einwiesen ließ wo sie sofort Morphium bekam um zehn Uhr acht Stunden später war sie tot die hatte den Lungenrundherd aktiv aber runter transformiert die Schiene war die Kreuzung wo der Verkehrsunfall passiert ist und die biologische Lösung war die Info die Kreuzung gibt es gar nicht mehr und jetzt kam sie in die Heilung aber in Panik in die Schulmedizin und mit Morphium eingeschläfert also wie gesagt es sind die häufigsten Metastasen die Lungenrundherde die Tiere haben kaum Metastasen das kann man sich gar nicht erklären das kann man sich sehr wohl erklären sagen sie mal zu ihrem kleinen Dackel zum Waldi der Blut im Stuhl hat Waldi du hast Krebs was glauben sie was der Waldi macht der wackelt mit dem Schwanz freut sich über den Zuspruch und der hat Glück versteht die Diagnose nicht aber sie verstehen die Diagnose mit Blut im Stuhl kommen sie zum Schulmediziner der unterscheidet nicht zwischen Aktiv Heilung sie haben einfach nur ihre Krebs Diagnose und damit haben sie ein nächstes Problem und deshalb haben Tiere auch kaum Metastasen die Menschen fast immer Tiere kaum weil sie die Diagnose nicht verstehen und die lassen sich auch nicht so leicht ins Boxhorn jagen und freiwillig laufen der Waldi auch nicht zum Tierarzt aber wir sind so blöd die dümmsten Kälber suchen sich ihren schlechter selber so und hier habe ich jetzt mehrere Beispiele wo sogar eine Lösung nicht ratsam ist also eben wenn das so runter transformiert ist und ewig lange aktiv ist dann sollte man das besser nicht lösen weil die Heilungsphase dann heftig ist und man da auszehren kann und Folgekonflikte erleidet also dieser 70 jährige sein bester freund ist 85 hört auf zu essen und möchte sterben alles zureden hilft nichts nach ein paar wochen war er auch tot zwei jahre später diagnostiziert man ihm einen bösartigen Lungenrundherd dr hammer sagt der konflikt ist etwas angelöst und er könne damit alt werden solche Lungenrundherde wachsen nur ganz langsam also was ist da die Schiene wahrscheinlich hat er das seinem Freund verübelt und kommt da nicht drüber hinweg und würde er loslassen können dann käme er drüber hinweg und käme in die Heilung und in dem Fall ist besser dass man aktiv bleibt die hat zwei einzelne Lungenrundherde zehn Jahre aktiv aber runter transformiert und auch hier riet ihr hammer nicht zu lösen und ihr sind die Eltern kurz hintereinander gestorben und das waren ihre beiden Lungenrundherde und sie kommt da offenbar nicht drüber hinweg und hat schon so viel Konfliktmasse dass besser ist es nicht zu lösen also das muss wirklich dann der Therapeut beurteilen also da sind wir Laien schon überfordert löse nicht an und für sich wenn der Konflikt aktiv ist intensiv ist also Achtung Ewig Zeit habe ich nicht irgendwann ist die Lebensenergie futsch und jetzt muss man das beurteilen können ist der Konflikt für den Patient intensiv oder ist das runter transformiert bei ihm im Schädel CD sieht man den Hamerschen Herd Schießscheiben fernig ja und die Intensität vom Konflikt das muss man über die Psyche herausfinden wie stark ist der Konflikt für den Patienten also da muss man schon sich genau in den Menschen rein versetzen können also wie gesagt Therapeut bin ich keiner also das ist mir zu groß die Verantwortung ist mir viel zu groß dann wenn ich da in eine hängende Heilung komme dann habe ich eben die Schwindsucht und die Auszehrung wegen Verlust des Eiweißes und also ich kann in der aktiven Phase auszehern aber ich kann auch in der Heilungsphase auszehern und sagen wir wenn ich jetzt in so einer Heilungsphase Blut huste ich habe Lungenkrebs ich habe die Schwindsucht ich muss sterben zack und ich bin wieder aktiv mit der Todesangst was ich löse Todesangst um jemanden anderen huste Blut und durch das Bluthusten habe ich jetzt Todesangst um mich selber und bin aktiv und dann verschwindet das Heilungsphasen Symptom und ich denke mir ach vielleicht kriege ich noch die Kurve komm wieder in die Heilung huste wieder Blut denke mir Mist doch nicht zack bin wieder aktiv und da finde ich nur raus wenn ich die Sache verstanden habe Blut schaut immer fürchterlich aus aber Blut ist immer Zeichen der Heilung bis auf Zahnfleisch bluten das ist ein Zeichen aktiver Parantontose aber Blut im Stuhl Bluthusten Blut im Urin Nasenbluten das ist immer Heilungsphase und wenn ich das weiß ja dann aber das muss ich schon im Vorfeld wissen dass ich mir das Rezidiv erspare also deshalb ist so wichtig dass man das schon im Vorfeld einmal zumindest gehört hat dann dieses COPT chronisch obstruktive Lungenerkrankung also behindernd oder hinderliche Lungenerkrankung da gibt es zwei Arten nämlich die gelbe Version oder die rote Version von den Braunchen aber das ist natürlich auch chronisch also ständig rezidivierend das ist das COPT der gelben Version und genauso die Lungenfibrose das ist auch nichts anderes als rezidivierend also immer mehr vernarbt 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 die echte Fibrose das ist die Staublunge der Bergwerksleute also der Körper versucht das bindegewebsmäßig abzunarben und die kriegen halt auch immer schlechter Luft aber sagen wir ohne Staublunge dann ist das eben rezidivierende Todesangst und da bleibt immer mehr vernarbt das Kindbett Fieber Hamer sagt das ist nichts anderes als eben die Todesangst rezidivierend und zwar die Gebärenden wurden mit dem Leichengeruch konfrontiert mit dem Tod konfrontiert also die Ärzte sind ja da vom Leichen sezieren zur kreisenden kommen und haben es da angefasst mit dem Geruch des Todes und die sind da in zur hängende Heilung Todesangst geraten und der Semmelweis gilt ja als Retter der Mütter und zur Zeit von Semmelweis was was hat der was hat der eigentlich gemacht der hat seine Ärzte dazu angehalten sich die Hände zu waschen und zwar mit Kalk so lange bis sie nicht mehr stanken das war die Errungenschaft vom Semmelweis zu seiner Zeit wusste man noch gar nichts über Mikroben also Mikroben oder so waren damals nicht das Thema und heute würde man sagen die haben sich infiziert oder so das ist Unsinn es gibt auch kein Leichengift das ist auch so ein Meer die sich hält würde es ein Leichengift geben könnten sie kein Schnitzel essen fragen sie einen Totengräber es gibt kein Leichengift das gibt es nicht und das war einfach nur der Geruch vom Tod und jetzt vergleichen die Errungenschaft von Semmelweis Händewaschen im Vergleich zu Hamas Entdeckung der fünf Naturgesetze da haben wir erklärt wie der Diabetes funktioniert DMS funktioniert wie das Emphysem funktioniert und der Semmelweis Händewaschen und wie ist man mit ihm verfahren man hat ihn ausgegrenzt und schlussendlich in der Psychiatrie haben ihn die eigenen Kollegen umgebracht als Dankeschön also das ist ein Klünkel Neid und Missgunst Hamas spricht ja von Tübinger Syndrom die sind einfach neidig und können es einem Einzelnen nicht das Lungen Emphysem die Überblähung der Lunge das sind auch nichts anderes als wie gesagt zurückbleibt dann die Kaverne und wenn das immer wieder passiert dann habe ich so richtige Löcher in der Lunge das ist Lungen Emphysem einen Fall habe ich dazu die ist heute 65 und hat eben Lungen Emphysem und zwar als Baby saß ihr die Katze auf der Brust und als der Vater nach ihr schaute sah er dass das Kind schon ganz blau angelaufen war und da hat das Kind Todesangst erlitten und als das Kind 14 Monate alt war hatte es eine schwere Lungentuberkulose und bis heute bis sie ist heute 65 sie hasst Katzen und jetzt kann es natürlich sein immer wenn die Katze da durch den Garten laufen sieht dass sie da auf die Schiene kommt wie gesagt das wird das Unbewusste triggert und ich kann mir da helfen indem ich mir bewusst mache die Katze sitzt mir nicht auf der Brust die läuft da nur vorbei die tut mir nichts aber ich muss das Außen Unterbewusstsein mir ins Bewusstsein holen dann wird es zumindest nicht mehr schlimmer und wie gesagt das Gewebe was fehlt fehlt aber es wird nicht angebaut aber es wird zumindest auch nicht schlimmer die Sarkoidose der Lunge das ist auch nichts anderes wie rezidivierende Todesangst der hat einmal beim Fahrradfahren einen Unfall erlitten wo er dachte jetzt ist vorbei er würde sterben und für ihn war die Schiene das Fahrradfahren und er hatte nur mehr 60% Lungenleistung abfallend und als er das verstanden hat und komplett aufs Fahrradfahren verzichtete dann war diese Entzündung weg die letzte Heilung ging zu Ende und er hatte wieder 90% 100% sind nicht möglich eben weil Gewebe fehlt und das bleibt auch weg aber nur das erkennen und das kluge Verhalten Schiene meiden Fahrradfahren meiden ist eine biologische Lösung wurde er quasi gesund 90% das ist ein ähnlicher Fall der hat Schiene Autofahren als Todesangst auf einem Kfz an einer Werkstatt musste ich warten aufs Auto und da war ebenfalls ein Kunde und der lief mit Sauerstoff rum und das sind ja die Sarkoidose Leute und ich wusste der muss Todesangst rezidivierend haben und ich habe ihn nicht verkneifen können ich habe ihn in ein Gespräch verwickelt und tatsächlich drei Ärzte haben unabhängig voneinander dem herzkranken Patienten noch fünf Jahre zu leben gegeben drei Jahre waren bereits um also er hat nur mehr zwei Jahre zu leben drei Ärzte haben ihm das prophezeit und die Herzerkrankung hat jetzt nichts mit mit der Sarkoidose zu tun aber in der Folge hat er Todesangst erlitten eine Frau wird Lungentuberkulose diagnostiziert und jetzt fahren sie dann erst den Weg zu Hamatherapeuten das spielt in den 80er Jahren in Belgien und man fand die Todesangst bei ihr sie hatte einen einzelnen Lungenrundherd und zwar am Nachhause Flug aus dem Urlaub erlitt ihr Mann im Flieger einen Herzinfarkt und die Linienmaschine musste zwischenlanden und da hat sie Todesängste ausgestanden um ihrem Mann der hat aber den Herzinfarkt überlebt und die erste Heilung hat man bei ihr nicht entdeckt aber in der Folge hat sie immer wieder ganz schwere Husten gehabt und irgendwann hat man ihr dann die Lungentuberkulose diagnostiziert also die Therapeuten da in Belgien sie fanden den Konflikt raus aber nicht die Schiene der Mann hat den Herzinfarkt überlebt es geht im Blenden und sie verstanden nicht was da wieso die immer wieder Rezidive hat und das auch löst das fanden sie nicht raus dann war sie beim Hammer und Hammer fand die Schiene und zwar das war der Flieger und jetzt wenn ihr Sohn mit seiner Familie in den Urlaub flog hat die Todesängste ausgestanden war auf der Schiene und wenn der wieder heil nach Hause kam kam sie in die Heilung und hatte Lungentuberkulose also die Schiene war der Flieger und Hammer hat dann mit dem Sohn gesprochen und sagte wenn ihr das nächste Mal in den Urlaub fliegt sagt ihr zur Oma ihr fährt es mit dem Zug damit die Oma nicht auf die Schiene kommt also so eine Notlüge ist gestattet wenn man den Patienten Rezidiv verhindern kann dann die Becherzellen die sondern Schleim ab die Braunchen sind immer schön feucht und da geht es um den Luft Brocken ja und da sind wir bei der Mukovis Zitose oder bei der Zystischen Fibrose und in der aktiven Phase also Erstickungsangst ich muss ersticken weil man mich würgt oder so oder weil man der Bruder den Polster ins Gesicht drückt und ich kriege keine Luft und jetzt machen diese Becherzellen Zellvermehrung und produzieren mehr Schleim und also Hamer schreibt hier sekretorisch möglicherweise auch resorptiv und das ist aber auch der Sinn damit die Luft besser gleitet verstärkte Flüssigkeitsabgabe und in der Heilung wird das Tuberkulös abgebaut und die Krise Stammhirnkrise ist nicht auffällig und am Ende der Heilung hat sich das wieder normalisiert wenn ich da aber in eine hängende Heilung komme dann schmilzt das Ausgangsgewebe weg ich kriege immer schlechter Luft und habe die Rezidive dadurch immer häufiger und da komme ich in einen Teufelskreis rein also das ist was ganz was grausliches die ersticken irgendwann einmal ganz langsam und typischerweise eben das Baby mit der Nabelschnur um den Hals und da ruft mir Großmutter an ihr Enkelkind kam eben mit der Nabelschnur um den Hals zur Welt und hat eben die Mukoviszitose und die Schwiegertochte ist Ärztin und zieht dem kleinen Kind während es schläft immer die Decke über den Mund hoch damit es sich nicht erkältet und das ist natürlich die Schiene also der Patient mit Mukoviszitose der muss immer optimal Luft haben ja der darf nie irgendwie auf die Schiene kommen ich kriege die Luft zu wenig Luft und die Mutter macht es gerade verkehrt und natürlich Ärztin eh klar also wenn es was verkehrt zu machen geht die Schulmediziner schaffen so die Bronchien die Bronchial Schleimhaut das sind wir beim Blattnipidil und äußere Hautschema das heißt es ist in der aktiven Phase taub und in der Heilung habe ich die Bronchitis und Itis ist ja immer die Entzündung und da tut die Heilung weh also die Bronchitis ist tut ja weh und wenn jetzt diese also in der aktiven Phase ulzeriert und wenn das hier zu liegen kommt dann habe ich die Bronchitis und wenn das da an den Enden zu liegen kommt wo die dünner dünner werden zu den Alveolen hin dann habe die Lungen Entzündung und wenn es ganz massiv wird in der Heilung kann das ganze Unterschwellung sich da verschließen und dann geht und dann geht keine Luft mehr weiter durch dann patscht dieser Bereich zusammen und das ist das Bronchalkarzinom in der Schulmedizin das ist aber nur ein vorübergehender Verschluss der der am Ende der Heilung sich wieder öffnet und dann ist die Lunge wieder belüftet und der Schulmediziner meint da würde das Gewebe absterben als würde das Gewebe sich über die Luft ernähren das Gewebe wird natürlich über das Blut ernährt und wenn die Lunge zusammen patscht ist wird die genauso ernährt ja und das ist ein absoluter Unsinn ja und die schneiden da ja so weit im gesunden den Flügel oder den alben Flügel weg Atelektas ist einfach nur eine Schwellung ein Verschluss durch eine Heilschwellung mehr ist das nicht also da muss man das geht halt einher mit monatelangen Husten und Auswurf und ich habe natürlich da gleich mal um 50% oder um 40% weniger Lungenleistung aber wenn ich das weiß komme nicht in Panik wenn ich weiß wann der Konflikt war wie groß die Masse war dann weiß ich auch wann ich wieder Normalluft bekomme so und da sind wir im Revierbereich und da haben wir eben zwei Möglichkeiten entweder männlich die Revierangst oder bei der Linkshänderin die Schreckangst mit dem Rösselsprung und beide haben dann den Hamerschner im Bronchial Schleimhaut Relais ja in der Schulmedizin die schulmedizinische Therapie ist todsicher die meisten glauben dran oder die meisten müssen dran glauben also Revierangst heißt der Rivale steht kurz davor ins Revier einzubrechen übrigens da sieht man hier ein schönes Beispiel wo man den Unterschied erkennen kann das eine ist ja das Pandan vom anderen also Sträube Konflikt ist das männliche Pandan vom weiblichen Angst Ekel Revierangst ist das männliche Pandan zum weiblichen Schreckangst was für den Mann das Revier darstellt ist für die Frau das Baby wenn der Mann sagt von dir möchte ich gar kein Kind die sexuelle Frustration und so weiter das eine ist mit männlichen Augen gesehen das andere ist mit weiblichen oder dieselbe Sache mit weiblichen Augen gesehen also wenn der Dieb durchs Fenster kommt das männliche Prinzip ist übrigens der Mann geht in die Offensive das weibliche die Frau geht in die Defensive also der Mann der schnappt sich einen Prügel und geht auf den Einbrecher los mit einer Revierangst der steht kurz davor mir ins Revier einzubreichen und die Frau geht mit einer Schreckangst in die Defensive Huch der Dieb Decke über den Kopf das ist das weibliche Prinzip und Achtung wenn der Dieb Opa und Oma durchs Fenster steigt ja die Oma die hat schon vor 25 Jahren ist hier gewechselt mit 50 und der Opa jetzt mit 75 kürzlich ja jetzt sagt der Oma Huch der Dieb Oma geschauen und die Oma schnappt den Besen und geht mit einer Revierangst in Attacke über ja und also Achtung es gibt männliche Frauen und es gibt weibliche Männer und das Verhalten ändert sich ja das Empfinden das Wesen ändert sich nur durch Veränderung der Hormonlage also im Revierbereich da spielt ja die Händigkeit eine Rolle hat der rechtshändige Mann Revierangst hat er es in die Bronchien ist der Mann Linkshänder hat er es im Kellkopf ja und die Frau weiblich Schreck Angst ist sie Rechtshänderin hat sie es im Kellkopf ist sie Linkshänderin hat sie es in die Bronchien also die Händigkeit spielt eine entscheidende Rolle im Revierbereich die Hormonlage spielt eine entscheidende Rolle im Revierbereich die Händigkeit kann sie nie ändern die Hormonlage kann sie ja sagen wir beim Mann ändern durch Wechsel mit 75 bei der Frau durch die Pille ja ständig ja durch die Schwangerschaft die Schwangere ist männlich wenn sie abstillt ist sie wieder weiblich und die Pille nehmende Frau ist eine männliche Frau setzt die Pille ab ist wieder weiblich also die wechseln ja da ständig das hier deshalb kennen sie ja der Mann bei der Frau nie aus das sollst du mal kapieren da sind wir viel einfacher aber was hier keine Bedeutung hat ist Partner Mutter Kind also ob der das Bronchial Karzinom rechts oder links hat ja das hat zwar mit der Händigkeit zu tun mit der Hormonlage hat das zu tun aber nichts mit Partner Mutter Kind also dieses eine Relais steuert die komplette Bronchial Schleimhaut der kompletten Lunge und warum das einmal rechts einmal links zu liegen kommt das ist nicht klar aber es ist nicht so wie beim Stamm Hirn Luft rein Luft raus einmal rechts einmal links sondern das eine Relais steuert die komplette Bronchial Schleimhaut die Händigkeit spielt eine Rolle die Hormonlage spielt eine Rolle aber nichts Partner Mutter Kind das hat im Revier überhaupt nichts verloren Partner Mutter Kind und genauso auch die Hämorriden in der Heilung ob er die rechts trägt oder links trägt die Hämorriden hat zwar mit der Händigkeit zu tun mit der Hormonlage aber aber hat nichts mit Partner Mutter Kind zu tun eine Link also aus dem Chat eine Linkshänderin müsste dann nach der Menopause Kellkopf bekommen und nicht Bronchial naja die Frage ist ich lösche das einmal da also wenn jetzt wird es ein bisschen schwierig nehmen wir an sie hat eine Schreckangst erlitten die Linkshänderin es schlägt vor in männlichen Revierbereich ein ist aber weiblich empfunden und sie wird jetzt männlich durch den Wechsel hängt davon ab ob sie als Mann diesen Schreckangst Konflikt empfinden kann oder nicht wenn sie nicht mehr empfinden kann löst er sich auf wenn sie ihn empfinden kann dann springt er dann springt er rüber in den Kellkopf weil sie ist jetzt der linkshändige Mann also sie ist zwar Frau unter Anführungszeichen hat aber das Wesen von einem Mann und das hängt vom Konflikt Inhalt ab ob sie diesen wenn das zum Beispiel der Einbrecher ist der Einbrecher weiblich hat sie es empfinden können mit Schreckangst hucht der Dieb und ist unter die Decke männlich kann sie den Konflikt auch empfinden aber jetzt geht sie auf dem Einbrecher los und hat dann im Kehlkopf dann springt der Konflikt wenn sie ihn weiblich und männlich empfinden kann dann springt er wenn sie ihn männlich nicht mehr empfinden kann dann löst er sich auf dann geht sie aber mit die Bronchien in die Heilung sie geht auch in die Heilung wenn er rüberspringt geht sie auch mit hat sie brutale Bronchitis hat Bronchalkarzinom wenn aber sie einen zweiten Konflikt hat der erste und der zweite was heißt der erste war irgendeine Schreckangst in der Kindheit und dann schließt sich die rechte männliche Seite sie wird depressiv bleibt weiblich und der zweite Konflikt muss wie einschlagen wird aber so empfunden also die Linkshänderin reagiert zweimal weiblich und wenn sie jetzt in den Wechsel kommt kann sein das bleibt alles so wie es ist und da tut sie gar nichts die Konstellation bleibt so wie sie ist also es ändert sich die Nummerierung das wird dann die Nummer zwei und also aus der Nummer eins also das war der erste das war der zweite Konflikt sie ist aber jetzt zum Linkshänder worden dann ist das Nummer eins und jetzt das Nummer zwei und lösen kann ich ja immer nur den letzten zuerst also jetzt hängt es wieder davon ab kann sie als Mann diesen Schreckangst empfinden wenn es den auch empfinden kann dann der zementiert ja den ersten Konflikt fest dann bleibt es so wie es ist da löst sich überhaupt gar nichts und das ist vielleicht gar nicht schlecht weil gewaltige Konfliktmasse dahinter ist also an und für sich in der Konstellation der Übersinn ist ja wir werden auf Eis gelegt wir gehen auf Tauchstatt wir warten auf bessere Zeiten es ist ein Schutz ja wir sind psychisch auffällig wir sind was wir sehen in dem Fall Schweber esoteriker und wir sind scheinbar gesund und wir lösen in der Regel die Konstellation gar nicht und können damit uralt werden nur sind wir halt entwicklungsretardiert wir sind manisch depressiv Himmelhoch 18 zu Tode betrübt je nachdem wir auf die Schiene kommen und bei der Kombination Kehlkopf und Bronchien sind wir die Esoteriker wir sind schon in der siebten Dimension wir sind schon viel weiter als alle anderen wir sind schon fast im Nirvana wir sind nur mehr am Schweben und wir sind psychisch auffällig aber scheinbar gesagt und wenn man das aber lösen kann sein dass man die Heilung umständen gar nicht so leicht überleben kann und das ist aber eher die Ausnahme dass wir das lösen so also die zwei Möglichkeiten haben wir männliche Revierangst oder die weibliche Schreckangst und in der aktiven Phase ulzeriert dieses Blattnepithel und das ist Taub äußere Hautschema das ist in der aktiven Phase Taub der Sinn ist die ultratieve Erweiterung um den Rivalen wieder vertreiben zu können der da vor meinem Revier steht und ich kriege mehr Luft in die Lunge rein und in der Heilung wird das Ganze unter Schwellung und Entzündung repariert und das tut weh und dann kann eben also ein kompletter Bronchialast sich verschließen und dann patscht da die Lunge zusammen da sieht man das schön am Röntgen da herunter liegt die Lunge da fällt die Lunge weil die zusammen patscht ist und da sieht man das auch schön wie das verstopft ist aber das wird sicherlich nicht eine einzelne Heilung sein sondern das ist eben so rezidivierend wahrscheinlich so schaut das aus also das ist was Chronisches das hat mir Hamer erklärt wenn man hier auf das Schädel CD schaut er hat hier strichliert und der Pfeil weist auf das Bronchialrelais man sieht da eigentlich gar nichts sagt Hamer aber man sieht dass der Ventrikel des Vorderhorn komprimiert ist und das heißt hier gibt es Raumforderung hier wird Ödem eingelagert der hat die Bronchien in der Heilung und gelöstere wie Angst um die verstorbene Frau und auf der Organebene hat er eben ganz lange gehustet und also der Konflikt war die Frau stirbt mehr das war der Konflikt und solange die quasi am sterben war konnte er das nicht lösen und die biologische Lösung für ihn war als sie gestorben war so ein Ende mit Schrecken ist besser als Schrecken ohne Ende und dann kam er in die Heilung da ist er dann quasi drüber hin weg gekommen jetzt ist so die ist tot und dann hat er das lösen kann ist schon interessant wie der Mensch tickt oder naja und immer Bronchitis heißt es natürlich polyzyklisch oder hängende Heilung ja also dann heißt es natürlich der wird auch immer wieder gelöst aber es erfolgen immer wieder über Schienen Rezidive und in der Krise haben wir die Absence wie bei allen Platten Epidial Programmen also man ist abwesend wenn man angesprochen wird reagiert man nicht und aber wir haben auch die Bronchial Muskulatur die liegt ja genau oberhalb da haben wir die Muskulatur da haben wir die Schleimhaut und meist geht der Hamer Scheherd über beide drüber also über Schleimhaut und Muskulatur und wenn ich den Konflikt löse dann habe ich in der Krise auch meinen epileptischen Krampfanfall also von die Absence ist Epileptoid und die quergestreifte Muskulatur ist immer epileptisch und dann habe ich eben die spastische Bronchitis und wenn ich dann irgendwo einen Hamerschenherd vis-à-vis habe und ich komme mit Bronchialrelais in die Krise dann habe ich für die Zeit der Krise auch den Asthma Anfall Bronchial Asthma Anfall und das ist die Lyse dadurch weil die Bronchialmuskulatur krampft dann kann ich den Schleim auch besser auswerfen und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und die Bronchial Ast ist wieder frei und das was wir hier gesehen haben also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten entweder der Konflikt ist ewig aktiv dann kann das zirrös zusammenschrumpeln oder wenn in eine hängende Heilung komme dann habe ich ebenfalls das sieht aus wie eine hängende Heilung und dann bleibt das unter Umständen das Phänomen finden wir auch bei der Leber Zirrhose Ja da gibt es ja auch die zwei Möglichkeiten Entweder ist der Konflikt ewig konfliktaktiv und dann schrumpelt das zirrös zusammen oder in einer hängenden Heilung die Leber Gallengänge dann habe ich in beiden Fällen habe ich die Leber Zirrhose also der Gang verschließt sich und das kann auch als Lungen Fibrose diagnostiziert werden was aber nur so eine Art Delektase ist auch das kann als COPD diagnostiziert werden von der Schulmedizin also da muss man schon genauer hinschauen also an und für sich die Diagnosen was sie zum Beispiel bei Brustkrebs von Schulmedizin da steht schon dabei ist das Adenoid oder ist das Intraduktal also ist das Drüsengewebe oder ist das Gang und sagen wir auch bei der Lunge da steht schon normalerweise dabei ist das Alveolarer Lungenrundherd oder ist das ein Bronchalkarzinom das steht schon dabei aber es gibt manche Diagnosen da brauchst die Schädel-CD also nur vom Organsymptom oder von der Diagnose der Schulmedizin kommst nicht weit und natürlich ist die Schulmedizin oft schlicht und ergreifend falsch das kommt auch noch dazu aber an und für sich man unterscheidet schon vom Gewebe aber beim COPD und da wird gerade und drüben durcheinander geworfen also da braucht man unbedingt die Schädel-CD dazu das Studentenmädchen selber das war ein Revierangst Konflikt beim Hammer also Hammer besingt er oder anders formuliert das Lied mein Studentenmädchen ist ein vollständiges SPS mit Konfliktlösung mit Krise und quasi ein Happy End und Hammer hat den Text dazu geschrieben die Melodie dazu geschrieben und er besingt da seinen eigenen Konflikt den er auch gelöst hat und Studentenmädchen der Konflikt war beide waren junge Studenten bitterarm die Familien haben sie in den Stich gelassen und die mussten sich oft an Tellersuppe teilen in der Mensa und sie wurde schwanger und das war seine Revierangst normalerweise hätte das geheißen Studium abbrechen und Pharma Referent werden aber er zog das durch in einer Rekordzeit hat er das Studium abgeschlossen haben er war Deutschlands Jungs Star und als er den ersten Abschnitt absolvierte kam er in die Heilung mit einer brutalen Bronchitis und da hat es Schienen gegeben der hat immer wieder Rezidive gehabt also Hamer hat oft gerührt wie ein Hirsch also ich habe ja oft monatelang bei ihm gewohnt der hat das nachts gerührt wie ein Hirsch und da besingt er quasi seinen Konflikt von damals das ist das Student Mädchen das Lied das war ein Revierangst Konflikt also der Konflikt heißt auch Revierangst wie soll es denn in der Zukunft weitergehen oder auch der Bub wenn sie die Eltern krachen wir lassen entscheiden und der Bub Revierangst wie soll das weitergehen was ist da beim Kind Revierangst dass die Familie zerbricht wie soll das weitergehen eine Kreisende bekommt vom Arzt gesagt so schlechte Werte habe ich noch nie gesehen ihr Kind ist behindert das war für die Gebärende ein Revierangst Konflikt ihr Kind war aber gar nicht behindert 20 Jahre später nun in der Menopause bekam sie vom Schulinspektor gesagt ihre Klasse sei die schlechteste vom ganzen Bezirk wieder ging das bei ihr auf die Bronchien also die hat ja auf die Bronchien in der Heilung kam es zur Diagnose Bronchialkarzinom weil sie jede Therapie verweigerte ließ die Familie sie einweisen in die Psychiatrie also vergessen nie ihr Umfeld sie erlitt nun Todesangst mit vielen Lungenrundherden nun wurde ihr mitgeteilt sie sei jetzt inkurabel Stadium 4 und durfte wieder heim gehen so fahrend sie den Weg zur Germanischen und schreibt nun ein Buch über ihre Geschichte also der das ist jetzt sagen wir der erste Konflikt war als der Arzt ihr sagt ihr Kind sei behindert und sie ist Rechtshänderin und die Schwangere Gebärende ist natürlich männlich die stillende Mutter ist männlich und da hat sie eine Revierangst erlitten so da ist aber weiters noch nichts passiert aber dann mit in der Menopause 20 Jahre später nun in der Menopause jetzt ist die Rechtshänderin der rechtshändige Mann sie hätte die schlechteste Klasse das war wieder Revierangst und schlug wieder in die Bronchien ein und in der Heilung hat man ja dann Bronchial Karzinom diagnostiziert übrigens diese ganzen Plattenepidyl Karzinome Bronchial Karzinom Gebärmuttermund Hals Karzinom Blasen Karzinom Milchgangs Karzinom das sind alles Heilungsphasen am Ende der Heilung geht die Schwellung wieder zurück und zum Beispiel beim Brustkrebs 80% sind intraduktal Heilungsphasen und nur 20% da ist ja die aktive Phase bei der Milchdrüsen ist ja die aktive Phase böse ja und aber von 100 haben 80 intraduktal und dann schneidet man die Brust ab oder therapiert sie zu Tod wegen einer Heilungsphase der Fall ist aus dem Video Hamer hat ein Video produziert 1983 und sonst nichts eine Katastrophe also er hat nicht das Internet genutzt er hat nicht Videos genutzt obwohl er Ausrüstung hatte ohne Ende Betacom Kameras Farbe Schwarz Weiß und Digitalkameras und er hat das Medium nicht genutzt was ich immer da dem Mund fuselig geredet habe und der Patient es berichtet die Nichte des Patienten die lebt jetzt in Australien und schrieb mir die Quelle des Konflikts war seine Tochter bei ihr handelte es sich um ein wahres Schulgenie welchen kürzester Zeit verschiedene Sprachen lernte und auch noch diverse Klassen übersprang Eines Tages endete sie in einer Kommune welches das Herz meines Onkels brach das war das unerwartete Schockerlebnis welches sich als Lungenkrebs zeigte in der Heilung also nach Rücksprache mit Dr. Hamer dieser Patient hatte Bronchalkarzinom korrekter Bronchial Atelektase also die Heilungsphase von einem Revierangst Konflikt die Nichte schreibt weiter er wurde von der Ärzteschaft aufgegeben eines Tages hörte er von einem Dr. Hamer und er bat man möge ihn zu ihm bringen der Onkel war zu schwach um zu sitzen so legte man ihn auf eine Matratze in einen VW-Bus auf welcher er die dreistündige Fahrt zu Dr. Hamer verbrachte drei Wochen später fuhr er mit Dr. Hamer durch die nahegelegenen Wälder nach drei Wochen war er in der Lage wieder zurück zu seiner Familie zu fahren überwältigt von seiner Heilung organisierte er zusammen mit Dr. Hamer diverse Radio und TV Shows die Art und Weise wie die anwesenden Diskussionsteilnehmer darunter auch Ärzte ihn und Dr. Hamer in den Dreck zogen brach ihm das Herz der Onkel wollte unter diesen Umständen nicht mehr in dieser verlogenen Welt leben jeglicher Lebensmut schwand es dauerte nicht lange bis er starb er wurde ohne jeglichen Zweifel von Dr. Hamer geheilt bzw. sein Körper befand sich in der Heilungsphase als er bei Dr. Hamer zur Behandlung ankam musste er getragen werden drei Wochen später konnte er mit Dr. Hamer per Fahrrad durch die Wälder radeln das passte nicht in das Bild der medizinischen Mafia diese hat meinen Onkel auf dem Gewissen umgebracht wurde er von den erbarmungslos um sich schlagenden Ärzte die ihn nicht für voll nahmen und Dr. Hamer in den Dreck zogen hier waren studierte Mörder am Werk also so schreibt die nicht und ich selber war auch hab das oft miterleben müssen Hamer war ja zweimal im Knast wie da die Patienten die er gerade betreut hat verzweifelten und starben diese Misskübel Kampagne da gegen Hamer ich war ja da auch live mit dabei und betroffen über uns ich wurde ja zum Buhmann der Nation gekürt zum schlechtesten Vater Österreichs von einer Wochenzeitung das ist jetzt auch ein interessanter Schienenfall er schreibt er ist Lehrer im August 2002 war unser Haus massiv vom Hochwasser bedroht nur dem raschen und sicheren Einsatz der Feuerwehr war es zu verdanken dass unser Keller nicht unter Wasser stand ich wusste es zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der germanischen kam ich erst ein Jahr später in Berührung aber von diesem Tag an war ich aktiv in einem Revier Angst Konflikt da es im nächsten Vierteljahr bis zwei Tage nach Neujahr ständig und heftig regnete kam ich aus den Rezidiven praktisch nicht heraus und war bei jedem Regen sofort wieder auf der Schiene ich merke das im Nachhinein daran dass ich keinen Appetit hatte dauernd über Lösungen mein Haus vor Hochwasser zu schützen nachdachte und nicht schlafen konnte hätte ich es damals schon gewusst wären mir mit Sicherheit auch meine kalten Extremitäten aufgefallen etwa um den Dreikönigstag kündigte der Nachrichtensprech im Radio eine lang anhaltende Schönwetterperiode an ich erinnere mich noch dass ich diese Meldung mit einer gewissen Erleichterung trotzdem aber mit Skepsis aufnahm als aber nach drei Wochen Strahlens des Wetters noch immer keine Änderung in Sicht war wurde mir klar dass ich und mein Haus nun für längere Zeit außer Gefahr war zwei Tage nach dieser Einsicht begann ich zu husten bekam Fieber und war wie erschlagen ich musste eine ganze Woche das Bett hüten etwa am dritten Tag waren im Hustenschleim große Blutflecken ohne zu wissen warum verschwieg ich das aber sowohl meiner Frau als auch dem Arzt weil ich Angst hatte ins Krankenhaus zu müssen und weil ich fest überzeugt war dass mein robuster Körper das schon überstehen würde so war es auch nach zwei Tagen Bluthusten normalisierte sich alles und etwas mehr als eine Woche nach Krankheitsbeginn konnte ich meinen Dienst in der Schule aufnehmen im im Oktober kam mit germanischen berührung und war sofort von ihr so fasziniert dass ich regelmäßig den Studienkreis und auch die Seminarreihe und Vorträge besuchte im Januar fuhr ich auf Skikurs es hatte in der Nacht vor der Abfahrt schon schwer geregnet und der Fluss in der Nähe unseres Hauses war morgen gestiegen allerdings nicht besorgniserregend am Tag nach unserer Ankunft am Skikurs Ort konnten wir nicht Skifahren weil es sogar auf dem Berggipfel regnete so warm war es geworden am Abend rief ich zu Hause an mein damals neunjähriger Sohn war am Apparat auf meine besorgte Frage hin ob der Fluss Hochwasser führe antwortete er offensichtlich über die Frage erstaunt nein überhaupt nicht ich war sehr erleichtert gerade da aber übernahm meine Frau den Hörer und sie widersprach es fällt nicht viel unter Flustritt über die Ufer es hat den ganzen Tag viel geregnet mein Sohn hatte sich um die Wetterverhältnisse gar nicht gekümmert wie Kinder eben sind ich erinnere mich noch ganz genau dass ich schlagartig zu zittern anfing und dass ich genau wie ich es im Studienkreis gelernt hatte kalte Hände und Füße bekam sofort war mein Denken von Schutz Maßnahmen für mein Haus besetzt meine Frau beruhigte mich ein Nachbar habe ihr bereits bei den Vorkehrungen geholfen und so tragisch sei die Sache nun auch wieder nicht weil es ja schon zu regnen aufgehört habe trotzdem war ich an diesem Abend zu nichts mehr zu gebrauchen weil ich mit meinem Kopf dauernd bei der Hochwassergefahr war unnötig zu erwähnen dass ich in dieser Nacht schlecht schlief am nächsten morgen rief ich sofort meine Frau an die Entwarnung gab alles sei vorbei der Fluss wieder auf halbwegs normaler Höhe ich solle mir keine Sorgen machen wirklich Ruhe hatte ich aber bis zum Heimkommen am Freitag daraufhin nicht erst am Samstag Mittag war in mir die Gewissheit eingekehrt dass die Gefahr für mein Haus wirklich vorüber war am Sonntagabend lag ich in der Badewanne plötzlich aus heiterem Himmel begann ich zu husten und wieder folgte der Ablauf den ich von vor zwei Jahren schon kannte am nächsten Morgen war ich müde fiebrig und hustete entsetzlich ab Mittwoch war der Hustenschleim wieder blutig was aber im Laufe des Donnerstags wieder abklang zum Wochenende war ich wieder hergestellt niemand in meiner Familie wurde angesteckt niemand bekam Bluthusten alle blieben obwohl ich laufend besucht wurde gesund nicht einmal eine Grippe bekam irgendjemand ich selbst habe auch keine Atembeschwerden oder ähnliches zurückbehalten es geht mir genauso wie vor der Krankheit beim zweiten Mal wusste ich bereits halbwegs wie die Körper Geist Seele Einheit funktioniert ich wusste dass mein Körper die ja das erklärt er dann jetzt verkehrt ich musste zwar für eine Krankenstands Bescheinigung den Arzt konsultieren verschwieg ihm aber tunlichst die Sache mit dem Blut im Hustenschleim und nahm auch die Medikamente die er verschrieb nicht ich wurde auch so genau wie ich es durch mein Wissen vom Studienkreis voraussehen konnte wieder gesund ja jetzt läuft mir schon ein bisschen die Zeit davon Rechtshänder frühmorgens auf der Heimfahrt nach der Nachtschicht in einer wegen Straßen umbauten neugeregelten zweispurigen Einbahnstraße tauchten vor ihm auf seiner linken Spur plötzlich zwei Lichter auf erschrocken reißt er das Lenkrad nach rechts wohl wissend dass es jetzt krachen werde der neben ihm Fahrende hat den Falschfahrer aber offenbar schon früher gesehen und leitete eine Vollbremsung ein sodass ein Zusammenstoß gerade noch verhindert werden konnte der Geisterfahrer rauschte vorbei und zeigte den Vogel dass er selbst in der neugeregelten Einbahn in der falschen Richtung unterwegs war dürfte ihm nicht bewusst gewesen sein der Patient zitterte am ganzen Körper und war hellwach seiner Familie erzählte er zu Hause nichts da diese noch schliefen erst zwei Tage später erzählte er von diesem Beinahe Unfall was für den Patienten auch die Konfliktlösung war es folgten ein paar Tage Husten so jetzt auch vielleicht interessant er ist Rechtshänder und beim Rechtshänder ist er der erste Konflikt auf alle Fälle irgendwo rechts dann schließt sich die Seite und er wird weiblich der zweite Konflikt muss links eintreten so und wenn er jetzt sagen wir Alpha wäre dann wäre das sein erster Konflikt gewesen den er lösen hat können und dann hat er die Bronchitis ok die Wahrscheinlichkeit aber dass er Alpha ist liegt bei einem Prozent also für 100 Männer ist nur ein Prozent Alpha der Alpha ist der der keine Konflikte hat im Revierbereich alle anderen sind Zweitwölfer hört sich schlimm an ich weiß ist aber so so also der erste Konflikt kann es bei ihm nicht sein weil sonst wäre er Alpha der zweite kann es auch nicht sein weil der würde links einschlagen und da hätte man Kehlkopf oder Rektum oder so also kann das nur dritter oder vierter Konflikt gewesen sein und die Regel beim Rechtshänder die kriegen immer eine auf dem Haufen drauf sagt Hammer also anders formuliert wenn der Rechtshänder in der Konstellation ist liegt beim Rechtshänder der Rössl Sprung also wenn der Rechtshänder depressiv ist also jetzt sagen wir hier ein Konflikt er ist den ersten und da sind zweiten und jetzt ist er depressiv das heißt der rechte Konflikt hat mehr Gewicht als der linke weibliche der ist mehr offen dann ist man depressiv und weiblich und wenn der dann eine weibliche Schreckangst erleidet hat er den Rössl Sprung und es schlägt im Kehlkopf ein in den Bronchien er hat eine weibliche Schreckangst aber ab der Konstellation liegt der Rössl Sprung bei den Rechtshändern und es schlägt in die Bronchien ein das heißt der gute Mann hat hier keine Revierangst erlitten mit seiner Bronchitis sondern eine weibliche Schreckangst ich möchte es nicht verkomplizieren noch einmal es gibt nur die zwei Möglichkeiten Revierangst oder Schreckangst im Detail wird alles ein bisschen komplexer aber auch hier gibt es einen roten Faden man muss ihn nur gefunden haben aber das ist wirklich das komplexeste überhaupt in der germanischen Revierbereich eine Frau schließt ihren Bungalow auf das ganze spielt in Spanien und im Vorraum brennt Licht und die Schuhe sind kreuz und quer am Fußboden denkt er sicher wie verlässt mein Mann das Haus und sieht plötzlich zwei Gestalten vor einem Zimmer ins nächste huschen hat sie da Einbrecher ertappt erschrocken schließt sie die Tür läuft ums Haus rum einstweilen sind die durchs aufgebrochene Fenster raus mit den Diebs mit der Beute in den Armen und sie treffen sich hinterm Haus sie kriegt dann hysterischen und die lachen nur und laufen weg und dann musste sie drei Nächte in dem aufgebrochenen Haus verbringen sie sagte sie machte kein Auge zu aber kaum fingen am Morgen die Vögel an zu zwitschern das hat sie beruhigt und dann fahre sie schlaf übrigens das ist auch so jetzt könnte ich da noch eine Viertelstunde drüber sprechen also deshalb der Kranke der findet ja erst Schlaf so gegen morgen das hat einen Grund und dieses Gezwitschern morgen das ist für uns so beruhigend und da wird nämlich Wache die übernehmen dann die Wache und dann können wir uns getrost den Schlaf hingeben weil wenn dann ein Räuber kommt die schimpfen dann die Vögel wenn eine Katze durch den Garten jagt da werden wir rechtzeitig geweckt also das war für sie so erlösend da fanden sie dann Schlaf und dann war sie die vierte Nacht bei den Eltern im dritten Stockwerk in ihrem alten Kinderzimmer und dort kam sie in die Heilung mit einer brutalen Bronchitis und das war dann erst die Lösung also sie war quasi der Konflikt aktiv die Tage wo sie im Haus im aufgebrochenen Haus verbleiben musste und die Lösung war dann erst die Bronchitis und ein Rezidiv ein paar Monate später kehrte sie abends mit ihrem Mannheim als sie die Eingangstür aufschlossen bemerkte sie Kratzspuren an der neu renovierten und zusätzlich abgesicherten Tür wieder hatten sich Einbrecher hier versucht die Patientin konnte nur piepsen vor Schreck und war heiß kalt auf leisten Sohlen durchsuchte sie das ganze Haus es war aber niemand eingebrochen am nächsten Tag musste sie wieder husten also ich kenne sie sie ist eine ganz liebe kleine zorte Frau das ist auch ein schöner Fall der Onkel schreibt glaube ich ist das mein Patenkind hatte vor drei Jahren einen Einbruchsversuch mitbekommen warum auch immer die letzten Wochen kochte es hoch er schlief nicht mehr vor 23 Uhr ein und schon gar nicht alleine dann wollte er ein im Haus vorhandenes Zimmer mit einer Dachschräge haben da in diesem keine Fenster vorhanden sind das Zimmer wurde für ihn zum Kinderzimmer umgebaut es nützte aber nichts er schlich sich weiterhin zu seiner Schwester oder zu seinen Eltern ins Bett In Absprache mit der Mutter wartete ich bei einem Besuch den passenden Moment ab und redete mit ihm ich erzählte ihm dass ich berufsbedingt regelmäßig mit Profi Werkzeug über Türen und Fenster in Wohnungen einbrechen muss weil immer mal wieder ältere Leute hinfallen und sich allein nicht mehr helfen können also er ist Feuerwehrmann weiterhin sagte ich ihm dass ich mir die Türen und Fenster ihres Hauses angeguckt hätte und dass wir die Feuerwehr in dieses Haus selbst mit unserem dem besten Werkzeug der Welt nicht reinkämen ich erzählte ihm noch einiges über Einbrecher nicht böse noch nie wurde einem Kind was getan das Einbrecher selber Angst hätten und so weiter zum Schluss schenkte ich ihm noch eine Indianer Figur mit Pfeil und Bogen im Anschlag die er gleich freudig auf seinen Nachtschrank stellte am nächsten Tag hörte ich von der Mutter dass am gleichen Abend bereits um 20 30 in seinem eigenen Zimmer eingeschlafen war und durchgeschlafen hatte ich sagte ihr dass er jetzt krank werden würde er bekam dann eine etwa 10 Tage dauernde heftige Bronchitis mit Fieber und Bettlägerigkeit einen Asthma Anfall hat er nicht war dann das muskuläre Bronchial Relais nicht belegt sondern lediglich die Bronchial Schleim Haut das Thema Einbrecher spielt zur Zeit keine Rolle mehr für ihn und er schläft weiterhin ohne ein Problem in seinem neuen Zimmer hoffentlich bleibt es so also ich kann mir gut vorstellen der Junge wird heute mal einen Film gesehen haben und das wird ihn an den Einbruch von vor drei Jahren erinnert haben und das war das was hochkochte und der Onkel der hat das Wahnsinn super gemacht und er wusste auch in die Zukunft zu blicken der Onkel er wusste dass der Puppe jetzt krank werden wird weil er in die Heilung kam und wissen das ist eine echte Wissenschaft muss reproduzierbar sein am nächstbesten Fall und muss Voraussagen treffen können und das ist doch befriedigend wenn ich einem kleinen Kind einen Konflikt lösen kann ihm die Last von der Seele nehmen kann mit einer kleinen Indianer Figur und mit ein paar Sätzen und wenn ich dann noch weiß jetzt kommt die Heilung und die wird halt ein paar Tage dauern und ich laufe jetzt zum Schulmediziner fülle ihn ab mit Cortison ich weiß ich habe das Vertrauen dass die Natur das regeln wird und das ganze ohne Nebenwirkung das ist angewandte germanische Heilkunde also wir sind jetzt in der Lage wirklich zu heilen so diesen einen Tierfall lese ich Ihnen auch vor das ist von einem Tierarzt geschrieben bei einem Schafbock Emil war von edler Abstammung aus einem Milchschaferde Buchbetrieb und hochprämiert er war sehr ruhig und lieb und seine Nachkommen hätten auf jeder Schönheitskonkurrenz für Schafe Preise geholt deshalb erwarben meine Frau und ich ihn nach Ende der Decksaison von Freunden und ließ ihn unsere Schafdamen betreuen dabei sprachen wir ab dass im nächsten Jahr noch einmal im früheren Betrieb für guten Nachwuchs sorgen sollte also fuhren wir ihn im nächsten Jahr in seine alte Heimat er sah sich die neuen alten Damen an und war sofort begeistert einige Unbot mäßigkeiten erstickte er durch kräftige Rammstöße im Keim die Schafdamen waren alle in kürzester Zeit tragend nach Beendigung seiner Mission wurde er zusammen mit einem anderen Deckbock auf einer benachbarten Weide gehalten Anfang Anfang November es hatte gefroren und geschneit lief er plötzlich müde und mit schleppenden Schritten durch das Dorf unsere Freunde sammelten ihn wieder ein und rekonstruierten folgendes es hatte einen Rangordnungskampf mit dem anderen Deckbock gegeben und den hatte er verloren in seiner Not war über den Elektrozaun gesprungen und weggelaufen Verletzungen waren nicht zu finden Kopf und Ohren waren eiskalt und er fraß keinen halben Heu oder anderes Futter mehr natürlich wollte unser Freund uns keinen kranken Bock zurückbringen und bemühte den Tierarzt aber nach erfolglosen 14 Tagen beichtete er uns und wir beschlossen Emil sofort zurückzuholen damit er in seine alte Umgebung kam einen Tag später kam er bei uns an abgemagert und müde und mit eiskalten Kopf und Ohren über den eine Pudelmütze mit Seeschlitzen und Löchern für die Ohren gezogen waren wie es für einen Bankräuber nicht passender hätte sein können er sah zum Fürchten aus seine Damen kontrollierte er etwas müde aber Emil erkannte sie offenbar sofort wieder nach einem kleinen Bohnen Kaffee und einigen Stunden Pause waren Kopf und Ohren schon nicht mehr so kalt und die Haut war leicht rosa am nächsten Morgen fraß er etwas Heu und Hafer nach zwei Tagen hatte er eine schwere Lungenentzündung die nicht zu bekämpfen war und nach drei Tagen lag er morgens tot im Stall Emil 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 muss also einen Revier Angst Konflikt mit einem Bronchial CA erlitten haben weil er sein Revier die Damen verlassen musste und dieser Konflikt löste sich in dem Moment als er wieder in sein altes Revier zurückkehrte erkennbar an der Lungenentzündung in der Heilungsphase dass er zusätzlich bei dem Rangordnungskampf auch noch einen Revier Konflikt erlitten hat ist mehr als wahrscheinlich und das kann natürlich auch passieren dass man bei einem einzigen konfliktiven Ereignis nicht nur mit Revier Angst sondern auch mit Revier Verlust reagiert dann habe die Bronchien und das Herz die Arterien mit involviert und in der Heilung habe ich dann die Bronchitis und natürlich in der Krise kommt dann der Herzinfarkt und das ist hier passiert so gut meine Damen und Herren Sie sehen das Leben ist lebensgefährlich übrigens das Leben ist eine Krankheit wird über Geschlechtsverkehr übertragen und endet immer tödlich so das war jetzt das abschließende Wort Sie waren heute wieder sehr sehr ruhig und zurückhaltend ich bedanke mich bei Ihnen trotzdem für Interesse für Ihre Teilnahme und hoffe Sie konnten was mitnehmen und freue mich schon aufs nächste Mal Sie wieder hier begrüßen zu dürfen wün Ihnen auch einen schönen Abend Tschüss